Musik Wie heißt du? Jasin Wie geht's dir? Gut Wie viele Tore hast du geschossen? Zwei Bist du froh, dass du zwei Tore geschossen hast? Ja Und dass ihr gewonnen habt? Ja Welche Uhr bist du? U7 Gegen wen habt ihr gespielt? Schweret Ja, danke für das Interview Und willst du noch jemanden grüßen? Mein Papa Mein Bruder Mein Mama Und mein Schwesterbruder Okay U7 Gegen U7 Und Tone ist Tormann Kolumbi gegen Schwechert Schwechert sind die Blauen Kolumbi hat den Ball Er passt Und Tormann von Schwechert hat den Ball Von U7 Jetzt nimmt Kolumbi den Ball Und er passt zu dem Mitspieler Und der Tormann hat den Ball Jetzt hat Felix den Ball Und Antonia Geht zum Ball Wechsel Ecke Und Tone hat den Ball Und dann Tone hat den Ball Jetzt ist der Ball draußen Jetzt hat Kolumbi den Ball Er schießt Und der Ball ist draußen Jetzt hat Kolumbi den Ball Er passt Er geht zum Ball Frechert Kolumbi hat den Ball Jetzt Jetzt nimmt Kolumbi den Ball Aber es geht nicht Jetzt geht Schwechert Zum Ball Und Kolumbi hat den Ball Jetzt Schwächert Jetzt schwächert den Ball Er schießt Der Ball ist drin 3-1 Und auch Dann woher Und dann wofür Kolumbia Ich meine Für Schwechert Der Nummer 4 macht Autentwurf Felix Passt nach vorne Und Tor Es steht 7-2 Und es geht weiter Kolumbi hat den Ball Er geht nach vorne Und der Tor geht raus Dario Felix schießt Stange im Tor Er steht 8-1 Er steht 8-1 Und Abstoß Er schießt 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 Er steht 8-1 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 Kolumbia Und die Nummer 3 läuft Fällt wieder runter Kämt aber weiter Die Nummer 3 Und der Tor geht den Ball Der Tor geht den Ball 19-10 Schießt Tor 9-2 Nummer 4 Da kommt der Schuss Er hält den Ball Die Nummer 6 Hat den Ball Die Nummer 2 Läuft nach vorne Mach der Null Wurzel Schießt Trifft 2-1 10-1 Kolumbia Hat den Ball Nummer 10 Schießt Trifft 11-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Die Nummer 2 Läuft nach vorne Fällt runter Wegen der Nummer 5 Die Nummer 14 Schießt Aber da steht Die Nummer 7 Vorne Passt Zu Nummer 3 Nummer 6 2-3 Spießende 11-1 Für Kolumbia Kolumbia gewinnt Und wenn ihr neu seid Vergesst nicht Das Video zu liken Zu abonnieren Und ja Wir sehen uns Und wer das jetzt nicht mehr regeln Hätte jetzt Kolumbia getroffen Und Und Schluss hat man nicht getroffen Hätten die gewonnen Das ist egal Lassi hat den Ball Schießt Stange Stange 2-0 Schluss 2-1 Schluss Der Traumann hält ihn 2-1 Der hält ihn Und Schluss Der Traum hält ihn Dern eben 2-1 Der Vorkorn schießt Dern eben Da kommt der Schuss Dern eben 2-1 Stange Stange 2-2 2-1 2-1 2-1 Schießt Und der Traumann hält den Ball 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 2-2 Der erst trifft! Wissen wir schon wer gewinnt! Daneben! Theodor! Der trifft! 3-2! Kolumbien gewinnt das Schiff mit! Der trifft! A-U-R' Musik 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 Und Kolumbia macht jetzt die Welle Musik 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 Myni Musik 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 Sieben Tor. Welche Uhr bist du? Sieben. Gegen wen habt ihr gespielt? Gegen Schwächert. Wie viele Tore hast du geschossen? Eins. Und findest du es super, dass ihr gewonnen habt? Ja. Willst du noch jemanden grüßen? Was? Willst du noch jemanden grüßen? Nein. Okay. Wie geht's dir? Wie viele Tore hast du gehalten? Viele. Und bist du froh, dass ihr gewonnen habt? Ja. Wie heißt du denn? Ich heiße Antonia. Und ja. Danke für das Interview. Willst du noch jemanden grüßen? Nein. Okay. Tschüss. Tschüss. seh. Ja, das ist ein Lüttemberg. Ja, das ist ein Lüttemberg. Ja, das ist ein Lüttemberg. Ich bin. Ich bin.